Und zu Bonjour Berlin begrüße ich Martina Vietz von Fokus Online. Hallo nach Berlin. Heute also die Abstimmung im Unterhaus über den Brexit. Welchen Stellenwert hat die? Sie ist ein Prozedere, das zeigen soll, dass die Demokratie funktioniert. Die Regierung wollte ursprünglich das Parlament mit dem Brexit ja überhaupt nicht befassen. Musste sich dann einer richterlichen Entscheidung beugen. Und dennoch wird man heute wieder erleben, dass es sehr fragwürdig ist, wenn es einerseits Volksentscheide gibt und andererseits ein Parlament entscheiden soll. Wir haben in dem Beitrag gerade ja gesehen, dass es für viele Abgeordnete schwierig ist. Sie werden gegen ihre Überzeugung stimmen müssen. Die breite Mehrheit, die der Brexit dann im Unterhaus in der ersten Probeabstimmung erzielt hat, zeigte das bereits. Es ist also ein Dilemma für viele Abgeordnete, die wissen, dass sie den Brexit für falsch halten und der ja auch tatsächlich für Großbritannien viele schwerwiegende Folgen haben wird. Und gleichzeitig sind sie jetzt sogar bei den Labors zum Beispiel dem Fraktionszwang unterworfen. Es ist also ein großes Dilemma, was sich heute im Unterhaus dort abspielt. Im Grunde genommen zeigt es die Probleme, die Volksabstimmungen mit der parlamentarischen Demokratie machen. Sie haben es gerade eben schon erwähnt, viele, vor allen Dingen Labour-Abgeordnete, sind in einem echten Dilemma. Sie müssen entweder gegen ihr Gewissen oder gegen ihre Fraktion stimmen. Wie sehr kann das einer Partei oder eben einer Fraktion zusetzen? Das ist natürlich ein großes Problem für das Selbstverständnis von Abgeordneten. Und es wird sicherlich auch in Großbritannien nochmal eine Debatte darüber geben müssen, was denn am Ende höher zu bewerten ist. Wahlen für ein Parlament, in dem im Grunde genommen Volksvertreter entscheiden oder Volksabstimmungen. Und wir haben das bei dem Brexit ja sehr gut beobachten können, dass das eine Volksabstimmung sehr großes Feld räumt für Populisten, für Menschen, die tatsächlich sehr emotional Themen behandeln und die überhaupt nicht die gesamte Breite eines Themenkomplexes abdecken können. Und deshalb ist der Ruf nach Volksabstimmungen, nach Volksbeteiligung immer sehr zweischneidig, weil am Ende dabei Ergebnisse erzielt werden können, die sich dann in der Sache als höchst schwierig darstellen. Einige Parlamentarier fordern einen weicheren Brexit, als Theresa May ihn angekündigt hat. Aber hatte sie da eigentlich eine andere Wahl? Hätte sie die EU überhaupt von einem weichen Brexit überzeugen können? Für die EU ist es natürlich entscheidend, dass es da nicht irgendwie ein Wohlfühlprogramm für die Briten gibt. So nach dem Motto, wir gehen raus, aber haben trotzdem alle weiteren Vorteile der EU. Deshalb war es für Theresa May durchaus schwierig, diese Verhandlungen zu führen. Es war aus ihrer Sicht schon die konsequente Linie zu sagen, wir machen das jetzt ganz strikt und wir gehen da auch gar nicht erst den Versuch ein, auf sozusagen Goodwill zu setzen, weil den würde uns die EU sowieso nicht gewähren. Es gibt jetzt noch in vielen kleinen Details Streitpunkte. Zum Beispiel fordert Labour ja auch, dass Großbritannien in Vorleistung geht und für EU-Bürger ein Aufenthaltsrecht gewährleistet und garantiert, noch bevor die Brexit-Verhandlungen beginnen. Da will May sich aber nicht darauf einlassen und sagt, im Umkehrschluss will sie erst die Garantie für den Aufenthalt von britischen Bürgern in der EU haben. Also das wird noch ein sehr hartes Ringen und wir werden noch sehr lange mit dem Thema Brexit zu tun haben. Angela Merkel war zu Gast in Polen und das war eine durchaus heikle Mission. Die nationalkonservative Regierung dort und die schwarz-rote Bundesregierung liegen ja, was Werte und Ziele angeht, zum Teil weit auseinander. Wie gut ist es der Kanzlerin aus ihrer Sicht gelungen, trotzdem etwas Verbindendes zu finden, sich Polen wieder anzunähern? Sie hat ja, was sie oft tut, in schwierigen Situationen auf ihre eigene Lebensgeschichte verwiesen und hat gesagt, wie wichtig damals in der DDR für sie die Entwicklung der Solidarność war. Und das ist im Grunde genommen sehr diplomatisch, aber doch sehr deutlich der Hinweis gewesen, wie wichtig es ist, dass es eine Pressefreiheit gibt und wie wichtig es auch ist, dass es eine freie Justiz gibt. Beides hat die amtierende Regierung in Polen ja eingeschränkt und da waren die Signale schon sehr deutlich. Und gleichzeitig war auch deutlich, dass Merkel nochmal betont hat, wie wichtig es ist, dass Europa nun zusammensteht. Da sind die Polen, glaube ich, ein Stück schlauer geworden in der letzten Zeit, weil sie hatten in der Vergangenheit gedacht, sie können sich verstärkt auf Großbritannien stützen und verstärkt auf die USA. Nun geht Großbritannien aus der EU heraus und lehnt sich sehr stark an die USA an, wo der neue Präsident Donald Trump ja ein sehr ambivalentes und eher enges Verhältnis zu Moskau hat. Also das ist alles für Polen nicht unbedingt eine gute Entwicklung, sodass man davon ausgehen kann, dass dort in Warschau nochmal ein Nachdenken einsetzt darüber, ob man sich nicht doch mehr wieder auf die EU konzentriert und sich mehr an Deutschland und andere europäische Partner wieder annähert. Wie schwer ist denn für Angela Merkel gerade Außenpolitik generell im Jahr der Bundestagswahl, indem sie sich plötzlich mit Nationalisten in Polen oder in den USA und auch mit Europafeinden wie in Großbritannien auseinandersetzen muss? Naja, man hat ja immer gedacht, aus dem Kanzleramt heraus einen Wahlkampf zu führen, das bringt einen gewissen Amtsbonus und man hat ja auch Martin Schulz zu Beginn gefragt, ob er nicht Sorge hat, dass es für ihn zum Problem werden könnte, dass er im Bundestag nicht reden kann. Im Moment sieht es so aus, dass sich der Amtsbonus für Frau Merkel eher zu einem Malus entwickelt, denn sie trifft ja nun wirklich sehr schwierige Gesprächspartner. Sie war bei Erdogan, musste sich von ihm ins Wort fallen lassen. Sie war jetzt in Polen und auch das ist ein schwieriger Partner. Sie hat es mit Donald Trump und seinen Anwürfen zu tun. Sie muss immer wieder auf dem diplomatischen Parkett sich so verhalten, dass die Themen nicht eskalieren und trotzdem deutlich werden. Und da hat Martin Schulz es viel einfacher. Zum einen hat er einfach viel mehr Zeit. Er hat ja schon seine Tour durch Deutschland gestartet und ist vor Ort immer bei 300, 500 Zuhörern, denen er seine These von dem sozial gerechteren Deutschland erklären kann, während Merkel tatsächlich durch die Regierungsarbeit gebunden ist und längst nicht so deutlich werden kann bei sämtlichen Themen, wie Schulz es tut. Also von daher ist es im Moment für sie eigentlich eine sehr heikle Mission, aus dem Regierungsamt heraus Wahlkampf zu führen. Martina Vietz, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Sehr gerne.